hallo und herzlich willkommen zurück liegt seit langem wieder ich hatte mal wieder bock ruf zu nehmen der neuere rocket pass 6 ist jetzt verfügbar das gibt natürlich neue schöne autos ist halt geschmackssache ich weiß jetzt nicht aber ich finde das auto halt von vorne ziemlich schön aber halt von hinten sieht es absolut scheiße ich weiß auch nicht der booster ist halt hinten einfach viel zu fett aber wir zocken erstmal mit dem auto wegen der neuen season und gucken was für einen beschiss wir uns wieder gehen müssen wir spielen ein bisschen rummel damit der beschiss natürlich am größten ist ach das wird ja mal wieder was und dann auch noch auf diamond niveau ich weiß bei rummel kommt manchmal nicht drauf an ob sie jetzt gewinnt oder verlierst weil wenn du gewinnst kann es auch ein item lack liegen da brauchst du nicht so viel skill also brauche schon skill aber trotzdem es kommt auch auf die items an so kriegt das rocket die geschissen und wartet nein schafft es mal wieder nicht mit alles wieder sind verbunden warum sucht es dann überhaupt mein gott jetzt braucht das schon wieder jahren und bis das fertig ist und schafft das jetzt dieses mal ja nein schon wieder nicht geil dann hier beim rocket pass finde ich eins richtig geil das ist warum warum sowas das ist ich verstehe das nicht egal ich finde das hier das hier richtig geil wenn es das für ein anderes auto geben würde also ich weiß jetzt nicht ob das genau nur für dieses auto ist oder auch für ein anderes auto ich hoffe mal auch für andere autos weil dann sieht es richtig pervers aus so richtig geil und rocket leads hat rocket league hat es endlich mal geschissen ein spiel zu finden geil das wird doch nichts naja der anfang war ja gut daneben ah miss schade belastend nein 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 natürlich ja belastend geportet worden toll toll gemacht warum bleibst du nicht im tor du schwachtel ja ja egal egal was was schreibt der da kebab irgendwas mit kebab ich habe mich mit dem geportet der weg getreten worden ist ich habe mich mit dem geportet der weg getreten worden ist was ein genudel ich kriege schon wieder mal genäht war ja klar kriege ich auch mal vernünftige items warum so behindert dann werden dann wenn sie items bekommen alles erstmal einsetzen um zu verteidigen nein nein jetzt haben sie zwei fissen gehabt ja das war belastend okay okay beruhigt eure nippel nein jetzt ist mein motor kaputt wow lutsch item bringt auch nichts gg junge den sprachshed brauchst du nicht benutzen der ist eh broken fliegt mal wieder zehn jahre oh mein gott jetzt hat er meinen boost geglaubt ernsthaft jetzt die spikes halten bei anderen auch zehn jahre bei mir laufen die richtig schnell ab hoch ne ich dachte schon okay also ich hatte jetzt fest erwartet dass jetzt genau die meine ich und noch eine und was kriege ich genau ranz und noch eine fest hatte ich an die bisher jetzt schon gefällt ja doch einmal absolutes ans spiel hey wie viele fisten wollen wir noch haben wow ich dachte er trifft ihn und dann ist sein boost ausgegangen was ein scheiß alter dann wenn sie nicht mal richtig spielen wollen ne ja phantom hitz seines vater ach ja das war auch phantom g oh ne naja kein bock so nächstes spiel und auch das letzte spiel für heute naja also oha ok zur abwechslung mal schneefrei also mit nem puk das war knapp und wenn ihr bock mal wieder habt dass ich dieses spiel auch mal wieder streame mit euch dann sagt mal wann ihr das wollt also an welchem tag am besten so samstags sonntags oder halt mitten in der woche weil ihr könnt ja jetzt eh niemals zur schule ne ihr wisst ja wahrscheinlich alle warum gut die machen da hampelmännchen gut ich fahre erstmal dran vorbei gg wow das war ja ein pass das war ja ein pass wie gesagt schreibt einfach in die kommentare wenn ihr das wenn ich das wieder streamen soll weil ich will mal mit euch wieder ein bisschen zocken die anderen sind eh besser als ich und mit meiner freundin aufzunehmen ist halt schwierig sonst müssen wir es entweder split oder halt ja es geht halt dann nur split weil es ist halt so ein split und split ist ja auch ein bisschen kacke sieht man halt nicht alles easy war es ein noob na er war ein bisschen schnell glaube ich für ihn ja diese diese bälle genau diesen punkt zu halten ist halt manchmal echt schwierig der prallt so hässlich ab manchmal das war team play erstmal gefett fingert ich wollte eigentlich nur guter schuss schreiben voll der nehmen ich hoffe das zählt nicht als eigentor ja blöd gelaufen jetzt fährt der nicht oh ich dachte schon mein gott mein gott nicht los законч wart nicht los nicht los nicht los nicht los nicht los ök Ich stand richtig behindert Okay, dann nimm du ihn Ich... Oh, nee Ich dachte, das wäre ein Gegner Ja 3-3 Wieder aufgeholt Das war knapp Ich weiß auch gar nicht, wie ich den berührt hab Alter Das war ziemlich knapp Wow, was eine Parade Ich schreibe mir nicht alles zurück Das ist gemein Ich lobe dir hier und was ist? Genau Mir wird nie zurückgeschrieben Ja, das ist weggeschrieben Okay, beruhigt euch Hm, schade Ich wollte dir eigentlich zum Explodieren bringen, aber hat nicht geklappt Ich bin schnell davon weggekommen Okay Ich habe nichts gesehen, aber anscheinend Gewonnen Oh Wertvollster Spieler Nein Mit einem Eigentor Genau Was kriege ich? Genau, ein Aufkleber Und eine Route Wow Ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen Und Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal